Wisst ihr, was mich extrem aggressiv macht? Dönerläden mit zu flüssiger Soße. Also mach mal einen Abgang. Was soll das eigentlich werden? Eiran oder was? Ich zeige euch, wie eine richtige Dönersauce geht. Digga, ich meine, es ist doch nicht so schwer, stichfesten Joghurt zu nehmen, Knoblauch reinzupressen, Salz und Zucker hinzuzufügen, etwas getrockneten Dill reinhauen, frische Petersilie reinschneiden und mit Pfeffer abzuschmecken. Am Ende noch Limettensaft rein und das mixt du dann einmal schön, gibst noch einen kleinen Schuss Buttermilch hinzu und das war's schon. So muss eine Dönersauce aussehen. Hm, jetzt brauche ich noch einen Eiran dazu. Ah, ich habe ja noch deine Soße.